Ja hallo, mein Name ist Bernd Kozelek von der Firma Tepro Garten GmbH. Wir sind zum ersten Mal hier auf der IAW. Wir sind seit zehn Jahren, seit dem Anfang bei der IAW schon dabei. Fast zehn Jahre, also fast vom Anfang, ja. Sie entwickelt sich immer professioneller, umfeld- und auch besuchermäßig. Wir sind ganz treue Aussteller. Ich glaube, es ist einer der besten Anfänge, die wir eigentlich in den letzten sechs, sieben Jahren hier auf der Messe erlebt haben. Ich bin begeistert. Wir sind ein junges Unternehmen aus Hamburg, welches das erste Mal jetzt hier auf der IAW-Messe in Köln ausstellt, als Erstaussteller. Wir sind zum zehnten Mal hier auf der Messe und jedes Jahr erfolgreicher. Wir präsentieren seit vielen Jahren auf der IAW unsere Plüschtiere mit großem Erfolg. Dass wir auf zehn Prozent unseres Jahres Umsatz innerhalb von dieser Messe schreiben. Wir verkaufen an Kleinstmengen und dann gehen auch lastzügeweise die Ware raus. Das ist als Ganzes eine sehr positive Entwicklung. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass die Halle proppevoll ist hier mit Ausstellern und wir eine rege Nachfrage nach unseren Produkten haben. Und das geht, denke ich mal, unseren Nachbarn hier auf der Messe nicht anders. Wir schreiben auch gute Aufträge, lernen auch viele neue Kunden kennen und hoffen, dass wir die nächsten Jahre auch wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Nachbarn Bis zum nächsten Mal.